Hungerkatastrophe möglich? Scholz warnt vor neuer Blockade der Getreidelieferung aus Ukraine. Also es ist mal ganz heftig, was jetzt hier gesagt wird von Scholz. Eine Hungerkatastrophe ist möglich. Bundeskanzler Olaf Scholz hat vor einer neuen Blockade der Getreidelieferung aus der Ukraine durch Russland gewarnt. Zusammen mit dem UN-Generalsekretär Antonio Guterres und vielen anderen habe man dafür gekämpft, dass die Getreideexporte über die Eisenbahn, die Donau, aber ganz bestimmt auch über den Seeweg möglich seien, sagte Scholz. So und jetzt ist das Ganze natürlich wieder in Frage gestellt. Eine große Hungerkatastrophe ist möglich. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine habe Auswirkungen auf die ganze Welt. Der ukrainische Präsident Zelensky hatte zunehmende Probleme bei den im Juli mit Russland vereinbarten Getreideexporten über das Schwarze Meer beklagt. Es gebe einen künstlichen Stau von 150 Schiffen, weil Russland absichtlich deren Passage verhindere, sagte er in der Videobotschaft. Der Feind tut alles, um unsere Lebensmittelexporte zu verlangsamen. Und wir wissen ja, Ukraine ist ein sehr großes Land, was Getreide exportiert und das hat natürlich weltweit dann Auswirkungen. In Folge des Ende Februar begonnenen russischen Angriffskriegs waren in der Ukraine monatelang tonnenweise Getreide in den Häfen des Schwarzen Meers blockiert gewesen. Seit Juli sind drei ukrainische Seehäfen wieder für die Ausfuhr von Lebensmitteln geöffnet. Und das ist jetzt natürlich das Problem. Größtenteils wird das Ganze natürlich Auswirkungen auf Drittweltländer haben. Die sind natürlich am meisten betroffen und das ist sehr, sehr heftig. Und es gibt diverse Seiten, die sich mit dem Thema der Hungerkatastrophe auseinandersetzen. Ich habe mal exemplarisch jetzt diese eine Seite hier, World Food Programm, rausgesucht. Ja, und es ist richtig heftig, wenn man sich das mal vor Augen führt. Ja, also hier steht es. Jeden Abend gehen bis zu 828 Millionen Menschen hungrig zu Bett. Die Zahl derer, die von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen sind, ist seit 2019 von 135 Millionen auf 345 Millionen angestiegen. Insgesamt 50 Millionen Menschen in 45 Ländern stehen am Rande einer Hungersnot. Ja, und da haben wir natürlich Konflikte. Ja, jetzt eben das, was wir auch hier gehört haben. Dann Klimaextreme, wirtschaftliche Folgen der Covid-19-Pandemie und eben diese steigenden Kosten. Ja, und das trifft natürlich die Armen, die Ärmsten der Armen besonders. Und nur um das mal vor Augen zu führen, kann man das hier auch mal sehen. Das ist natürlich richtig heftig. Wir sorgen uns natürlich um unsere Versorgungssicherheit. Aber hier, ja, in solchen Ländern sind die Probleme doch extrem, die hier zutage treten. Ja, und man kann natürlich auf solchen Seiten hier auch direkt spenden. Was bei uns aber noch dazu kommt, ist verschärfend diese Meldung. Drohen leere Regale im Supermarkt? AdBlue-Mangel könnte zu einer neuen Krise führen. Da muss man wissen, AdBlue, das wird jetzt hier näher erklärt, das ist ein Zusatzstoff. LKWs sind auf den Stoff angewiesen und könnten dann unter Umständen nicht mehr fahren. Ganze Lieferketten könnten lahmgelegt werden. Das hätte natürlich große Auswirkungen auf die Verbraucher, auch bei uns hier in Deutschland. Eine AdBlue-Knappheit würde dazu führen, dass nahezu alle Speditionen und Transporteure nicht mehr mit ihren Sattelschleppern auf den Straßen unterwegs wären, um Waren für Supermärkte und Händler anzuliefern. Firmen, Tankstellen und Supermärkte wie Aldi, Lidl, Rewe und Co. bekämen große Lieferprobleme. Und das könnte natürlich wieder zu einer nächsten Teuerungswelle führen. Je knapper die Güter sind, umso teurer werden die ja. Und das heizt dann wieder die Inflation an. Und AdBlue ist ein flüssiger Harnstoff und wird bei Fahrzeugen mit SCR-Katalysator zur Reduzierung der Stickstoffemissionen eingespritzt. Ja, und das ist die Sache. Nahezu jeder Lastwagen der Speditions-, Logistik- und Transportbranche in Deutschland fährt mit Diesel und benötigt daher AdBlue. Die Fahrzeuge bringen auch die Lebensmittel in die Supermärkte. Und das Problem ist, ist der AdBlue-Tank leer, verweigert die Motorsteuerung in modernen Fahrzeugen einen Neustart. Das Fahrzeug, ob egal Pkw, Lkw oder Lieferwagen, Rettungs- oder Löschfahrzeug bleibt dann stehen, erklärt der ADAC. Ja, und die Sache ist, bereits Ende des Jahres 2021 wurde AdBlue knapp und die Gaskrise könnte diese Entwicklung nur noch zusätzlich anfeuern. Könnten also aufgrund des AdBlue-Mangels bereits in wenigen Wochen die Supermarktregale leer bleiben. Im Ernstfall müssen die Fahrzeuge entweder stehen bleiben, das wäre natürlich ganz schlecht, oder der Ausstoß deutlich dreckiger Abgase von der Politik erlaubt werden. Ja, und das würde wieder die Umwelt mehr belasten. Ja, also wir sehen, wir haben eine ganze Menge Probleme. Wir haben jetzt hier dieses Problem, was vorher angesprochen wurde, dass vielleicht die Ukraine nicht mehr das Getreide liefern kann entsprechend. Und dann gleichzeitig hier noch diesen AdBlue-Zusatz für die Lkw, die ganzen Fahrzeuge, die die Supermärkte beliefern. Und da kommt jetzt doch einiges zusammen. Wir haben eh noch angeschlagene Lieferketten, auch wegen Corona, China, Lockdown. Das ist eine Situation, die muss man im Auge behalten. Da muss man vielleicht selber mal gucken, was tue ich, was könnte ich tun. Und ich denke, man soll sich auf der einen Seite nicht verrückt machen, auf der anderen Seite muss man aber auch die Meldungen verfolgen und ernst nehmen. Und deswegen am Ball bleiben, informiert bleiben. Und würde mich mal interessieren, wie du das siehst. Und gerne unter dem Video kommentieren. Und ansonsten, ja, bleiben wir am Ball und gucken. Hoffen, dass hier dieses AdBlue jetzt natürlich nicht ausgeht. Und gleichzeitig die Lieferwege aus der Ukraine auch weiter möglich sind. Genau, also es ist wirtschaftlich betrachtet ganz, ganz schwierig und kompliziert. Und das Problem ist einfach, dass die Inflation ja dann immer weiter steigt. Je knapper Güter werden, je schwieriger Lieferwege sind. Und dann haben wir natürlich wieder das Problem, die Verbraucher haben noch weniger Geld in den Taschen. Weil das Geld ja real weniger wert ist durch die hohen Preissteigerungen. Ja, und dann haben wir natürlich wieder so die Sache, dass auch die Kaufkraft zurückgeht. Und die Inflation dann irgendwie, die Inflation nähert. Und ja, da kann man im Moment nur hoffen, dass sich das dann doch wieder einrenkt. Aber es sieht im Moment in der Tat sehr, sehr schwierig aus. Ja, besten Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.